Moin Pyros herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute haben wir im Test die Explode Smokebirds. Ich hoffe das ist die gute Charge. Ich habe die letzte Service auch gehabt. Nur leider weiß ich nicht mehr wie genau gut die waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sie. Wollte ich euch noch mal zeigen. Wir haben eine NEM von ca. 40 Gramm. Vier Stück in der Packung. Kategorie F2. Gibt es nicht viel zu sagen. Überzeugt euch selbst. Macht euch selbst ein Bild. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns jetzt draußen Pyros. Bis gleich. So Pyros wir sind jetzt draußen mit den Smokebirds. Es ist schon etwas dunkel. Ich hoffe man kann es trotzdem noch sehr gut erkennen. Leute gucken schon aus dem Fenster. Beziehungsweise Kinder. Finde ich auch sehr schön. Da haben die wenigstens auch was von. Machen einen im Blau. Das Blau kam ganz am Ende. Aber coole Sache. Ich glaube ich habe die gute Charge noch. Jetzt machen wir einen in rot. Ich glaube so sollte der nicht gehen. Ja. Ich glaube das ganze Blau kam am Ende. Nein. Jetzt machen wir noch einen in rot. Den letzten. Oh das war schön.